8. Klein aber fein Solltest du zu den großgewachsenen Menschen gehören, wird die Reise nach Japan für dich unter Umständen ein gigantisches Abenteuer. Im Land der aufgehenden Sonne gilt das Motto klein aber fein. So musst du dich auf eine niedrige Deckenhöhe in Hotels und tiefer aufgehängte Spiegel gefasst machen. Grundsätzlich sind die Räume in der Regel deutlich kleiner, so dass die unter Punkt 6 beschriebenen verstaubaren Reisstromatten zum Schlafen durchaus Sinn ergeben.